Willkommen zurück zum Themenvideo 3. Die zu komplizierte Speicherverwaltung im Keyboard. Tja, hier müssen wir auch wieder wie im Vorvideo stark differenzieren, wie das Keyboard gestrickt ist. Wenn ihr Pech habt, dann ist alles so umständlich gemacht wie bei diesem uralten 9000 Pro von Yamaha, das aber immerhin bereits eine eingebaute Festplatte hat. Doch wer außer meiner einer benutzt heutzutage noch solch ein Fossil? Naja, deshalb lassen wir solch einen Härtefall einfach mal beiseite. Und wenn ihr nur den einfachsten Fall vor euch habt, sprich ein Einsteiger-Keyboard mit eher primitiven Speichermöglichkeiten, dann könnt ihr dieses Themenvideo wohl ebenso überspringen oder es euch trotzdem zur Berieselung reinziehen. Wenn ihr euch das also mal am Computer anschaut, dann seht ihr solch eine Dateiendung oder auch Suffix genannt, immer direkt nach dem Dateinamen selbst. Wenn ihr ein MIDI-File abspeichert, also einen Song, dann wird die Dateiendung .meet oder .smf lauten. Bei einer modernen Yamaha-Regist-Datei heißt sie eben .rgt oder bei kleineren Keyboards .usr. Und bei einer Style-Datei wird das Suffix in der Regel heutzutage bei Yamaha .sty lauten. Ausdrücklich sage ich gerade nochmals in der Regel und heutzutage und bei Yamaha dazu, weil sich manche Suffixes im Laufe der Zeit bereits verändert haben und nicht bei allen Herstellern gleich sind. Was auch gut ist, um einen ansonsten garantiertes... Einerseits bringt uns die Sache mit diesen Suffixes ja eine wichtige Ordnung in die Sache, so dass wir, der Computer und das Keyboard, beispielsweise eine Song-Datei, also ein MIDI-File, mit dem Suffix .meet nicht mit einer Regist-Datei mit dem Suffix .rgt verwechseln könnten. Denn nur allzu gerne, ihr seht es hier, verwendet man ja den Titel des Liedes für beide Dateitypen gleich. Kerles-Wispa als Registration, Kerles-Wispa als MIDI-File. Ich kann es euch auch ganz genau demonstrieren, dass es sich hier bei der Regist-Datei wirklich um eine RGT-Datei handelt. Schaut her, da steht Kerles-Wispa und hinten .rgt. Und beim Song, das kann ich euch auch zeigen, da steht hinten .meet. Der Vorteil von Suffixes ist also Ordnung für uns und die Maschinen. Soweit so gut, was aber z.B. vielen Probleme bereitet, besonders bei mittleren und größeren Yamaha-Keyboards. Wenn ich jetzt also so einen Song hier als Regist- und als MIDI-File-Datei erzeuge und hier in den User-Speicher ablege, hier bin ich ja jetzt drin im User-Speicher, und wie gesagt mit dem selben Namen, dann könnte ich unter Umständen verwirrt werden, wenn ich jetzt mal das Keyboard ausschalte, wieder einschalte und irgendwann mal später wieder diesen Song spielen möchte und dann mich in den User-Speicher hineinbegebe. Okay, kleinen Moment noch. So, jetzt ist das Keyboard hochgefahren. Jedenfalls, wenn ich diesen User-Speicher einfach nochmal über irgendeinen Weg betrete, z.B. auf diese Weise, dann könnte ich verwirrt werden, weil ich, wie beispielsweise hier jetzt, plötzlich meine Datei gar nicht mehr finde oder nur eine von beiden Dateien. Es sollten doch nun aber beide Dateien im User-Speicher zu finden sein. Also nicht nur die Regist-Datei, sondern auch die MIDI-File-Song-Datei. Wieso sehe ich aber hier nur eine? Der Grund für diese Sache liegt ein drinsitzt. Was man aber auch noch erwähnen sollte, wenn wir uns hier schon in der Property-Ansicht rumtreiben, das ist die Tatsache, dass enorm viele Dateien bei Tyros und Co. ein scheinbar zusätzliches Suffix besitzen, wie z.B. diese Regist-Datei hier mit ihrem Anhang .s801 vor dem eigentlichen und wichtigen Suffix .rgt. Doch was bedeutet das? Tja, das ist eigentlich unnötiger und verwirrender Schnickschnack, wenn ihr mich fragt, denn damit ist lediglich das für diese Datei ausgewählte Bildchen, also Icon, gemeint. Ich zeige es euch. Wenn ihr hier eine Datei habt und geht auf Name, dann seht ihr links unten Icon, und das sind einfach nur Bildchen, die ihr dieser Datei zuweisen könnt. Das sind Bildchen, die ihr dann einfach auch z.B. im Hauptbildschirm hier seht. Hier meine Regist-Datei, Kerlis Whisper, hat eben dieses kleine blaue Bildchen im Moment. Ich werde das jetzt mal ändern. Wie gesagt, gehe ich da auf Name, Icon, und dann würde ich sagen, wähle ich doch mal etwas für mich Passenderes, was mir einfach viel besser gefällt. Hier diese Palme. Nochmal OK drücken, dann aber auch noch auswählen, und dann mit Exit nachschauen, aha, meine Regist-Datei trägt jetzt dieses Palmbildchen links vom Namen. Ja, und dieses Palmenbild, das hat jetzt einfach eine ganz andere Nummer, als das blaue Bild vorher. Das prüfen wir nach. Vorher war es ja die Nummer S801. So, und jetzt gehen wir wieder hier in View Property, und jetzt sehen wir, ah, jetzt ist es das S706. Das ist einfach die Nummer dieses Bildchens. Und mehr hat es noch nicht. Das ist einfach die Nummer. Das ist einfach die Nummer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.